Heutzutage wollen viele Menschen online Geld verdienen, aber die meisten stoßen aufgrund der Dominanz großer Unternehmen auf dem Markt auf Hindernisse. Der Internetmarkt boomte schnell, war aber auch schnell übersättigt, weshalb man jetzt nur noch mit einem riesigen Startkapital in ihn einsteigen und viel Geld verdienen kann. Profitmöglichkeiten gibt es aber trotzdem noch. Heute erzählen wir Ihnen von einer tollen Technologie, die auf dem Internetmarkt erfolgreich funktioniert, aber gerade am Anfang ihrer Entwicklung steht und Möglichkeiten zum Profitieren bietet. Dies ist die Blockchain-Technologie, auf deren Basis Kryptowährungen, digitales Geld funktionieren. Sie gewinnen sehr schnell an Beliebtheit, haben aber noch nicht den Höhepunkt ihrer Entwicklung erreicht. Gerade deshalb kann man problemlos und ohne besondere Kosten in diesen Markt einsteigen. Im Jahr 2023 besitzen also etwa 420 Millionen Menschen weltweit Kryptowährungen, was fast 5% der Gesamtbevölkerung ausmacht. Kryptowährungen sind heute ebenso ein Vermögenswert wie beispielsweise Aktien. Aufgrund ihrer Liquidität, die mit dem Markteintritt neuer Player zunimmt, lassen sich Kryptowährungen leicht in echtes Geld umwandeln. Außerdem entwickeln sich Kryptowährungen zu bequemen und schnellen Zahlungsmethoden und Unternehmen wie Microsoft, Amazon, eBay, KFC, WordPress in einer Reihe von Ländern akzeptieren sie bereits als Zahlungsmittel. Sie können diese Chance nutzen und dank einem einzigartigen Projekt zum Teil dieses schnell wachsenden Marktes werden. Seine Entwickler haben eine Technologie entwickelt, die es Nutzern ermöglicht, lebenslange Belohnungen in Form einer der aussichtsreichsten Kryptowährungen der Gegenwart zu erhalten. Die Belohnung wird für das Auffüllen spezieller Pools mit Liquidität gemäß den in der Blockchain festgelegten logischen Regeln ausgezahlt. Mehr über diese Technologie können Sie von der Person erfahren, die Ihnen dieses Video geschickt hat.